Almost Daily, was wäre, wenn oder was hätte sein können oder was würde sein werden, wenn wir nochmal die Chance dazu hätten? Ich finde, damit hast du Almost Daily relativ präzise erklärt, tatsächlich alle Folgen. Wir wollen heute hier in dieser Konstellation mal darüber reden. Wir hatten, glaube ich, schon mal vor 100 Jahren ein Almost Daily Studium, stimmt das? Mit Sicherheit, ne? Ja, wir haben ja vieles schon gemacht, aber das Tolle ist, dass wir vergesslich sind und die Zuschauer auch und deswegen können wir eigentlich nochmal drüber reden. Viele Zuschauer von damals sind ja auch mittlerweile schon ausgestorben und deshalb kann man gewisse Themen nochmal beleben, aber auch aus anderen Perspektiven. Budi hat gesagt, hat so im Vorgespräch... Ein Themenvorschlag, ja. Ja, also gesagt, so was würdet ihr nochmal studieren? Und daraufhin kam dann aber auch schon direkt als Frage, wenn wir jetzt, also jetzt nochmal studieren, also wenn wir jetzt in unserem hohen Alter nochmal studieren oder nach der Schule sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, das macht ja nur Sinn, diese Frage zu beantworten, wenn wir das Wissen von heute hätten. Ja, das ist ja immer das Geile. Es gibt ja auch, wenn man, habt ihr vielleicht ja auch diese Fantasie, ey, was würde passieren, wenn ich jetzt morgen aufwache, bin 16, 18, 20, was auch immer, hab aber das Wissen von heute, würde ich andere Weichenstellungen machen? Würde ich was anderes anstreben? Würde ich in eine andere Richtung gehen? Was bereue ich? Oder welchen alternativen Pfad würde ich gerne mal erleben? Ähm, das ist ja interessant. Und ich glaube natürlich mit dem Wissen von heute, man würde ja andere Sachen studieren. Oder würde man überhaupt studieren? Das ist ja die Frage, muss man überhaupt noch studieren? Ja, das ist das Erweitern von mir aus auch Ausbildung, ne? Also gar nicht nur Studium. Weil ich glaube nämlich, dass irgendwie dieses Studium-Ding auch so zu so einer Selbstverständlichkeit geworden ist, wo viele Leute auch sagen, ja, natürlich, ich will studieren auch gar nicht unbedingt mit einem bestimmten Ziel, sondern das Studium als Selbstzweck vielleicht auch zu sagen, okay, ich hab studiert oder ich hab's geschafft, überhaupt in meiner schulischen Laufbahn an den Punkt zu kommen, studieren zu dürfen, deswegen würde ich's auch machen. Aber ich glaube, dass es super viele Alternativen dazu gibt, also grad im handwerklichen Bereich. Ich bin leider komplett untalentiert, was handwerkliche Dinge angeht. Ja, wirklich so. Und ich hab massiven Respekt vor Leuten. Manchmal guck ich Leuten zu, die Handwerkern, so was ich so ein Taddel, der Taddeos bei uns oder was auch immer für Leute, Chris Pogo und so, die einfach so ein Talent haben, einfach anzupacken und Sachen herzustellen und zu bauen. Und ich find das so geil. Und alle Leute da draußen, die irgendwie Talent in dieser Richtung haben, die müssen zum Beispiel gar nicht studieren. Die können einfach sagen, ich bin Handwerker, ich kann Leuten wie Nils helfen. Oder seien wir ehrlich, wie euch, die genauso inkompetent sind. Und das ist ja auch eine gute Alternative zum Studieren. Ich hab versucht, mein Türschloss zu reparieren. Ich hab's schlimmer gemacht. Es ist wirklich erbärmlich. Ich hab mich sehr gut gefühlt eine Zeit lang, so mit Werkzeugen und alles. Dann hab ich das aufgeschlossen, das Schloss, und hab mir ein YouTube-Tutorial angeguckt. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Also ja, ich bin bei dir. Also lass uns das erweitern. Ich hab mir eine Stichsäge gekauft. Ohne Scheiß. Deine wievielte ist das jetzt? Die erste. Nein. Aber warum? Darauf wollte ich hinaus. Also was ist die Arbeitsbeschreibung dieser Stichsäge? Also ganz ehrlich, es gab einen Grund, also das ist ein bisschen übertrieben. Ich hab so Kabel verlegt und so einen Kabelkanal gelegt. Und dann musste man halt abschneiden an gewissen Stellen. Diesen Einjob. Ja, und da hab ich gedacht, kauf ich mir eine Stichsäge. Das ist ein gutes Argument, sich jetzt mal eine Stichsäge anzulegen. Ja. Weil du kaufst sie ja für ein Leben lang. Also eine Stichsäge kaufst du einmal in der Regel und dann hast du die für dein Leben. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir halt einen Berufsweg eingeschlagen haben, der halt sehr labern und irgendwie so ... Also das Produkt, was wir hier abliefern, ist am Ende nichts Handfestes. Während wenn du, egal was du machst, ob du Maler bist oder Architekt oder baust irgendwas oder so, da ist so ... Ein Bäcker, der hat am Ende so ein fertiges Produkt, das irgendwie so ... Manifestierte Arbeit. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Fantasy, die ich auch oft habe, dass man irgendwas ... Ja, aber dann lass uns mal wieder auf die Kernfrage zurück. Einfach fiktiv. Ich find's interessant, was wir jetzt machen würden. Also nicht, was hätten wir gemacht, wenn früher, aber einfach jetzt. Ich find's irgendwie lustig. Also, nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, ich hab völlig fiktiv, ja. Du hast überhaupt keinen Bock mehr auf diese Medienscheiße. Du willst was studieren. Ja. Oder eine Ausbildung. Jetzt haben wir es ja erweitert um Ausbildung. Weil jetzt in dieser Romantik irgendwie hab ich natürlich Bock, irgendwie Tischlermeister zu werden und einfach irgendwie Holz bearbeiten zu können. Aber, naja, macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Ding ist ja, man denkt dann auch vielleicht immer so in so einem kleinen Zeitfenster. Oh, jetzt so einen Tisch bauen. Aber macht dir das halt auch Bock, 40 Jahre lang einen Tisch bauen? Oder macht dir das auch Bock, morgens um sechs irgendwo anzutanzen bei irgendjemandem, der bei dir einen Tisch beauftragt? Und einfach, du musst dann für irgend so einen reichen Ömmel dem den Tisch zusammenbauen oder so. Also, man hat ja oft dann so eine glorifizierende Fantasie von einem Beruf. So war das bei mir, als ich Jura studiert hab. Das war ja so eine ganz rationale Idee. Was kann ich gut streiten, diskutieren? Irgendwie so. Wie dein Gehirn arbeitet. Nee, überhaupt nicht. Ich hab nur gerade gedacht, warum hast du Jura studiert und nicht Trias oder Kreide? Das wäre doch auch eine Alternative gewesen. Ähm, ja, stark. Und, ähm ... Aber hast du ... Aber, und pass auf, und dann war ich einmal im Rahmen des Studiums, hab ich so ein ... Bin ich mit einem Anwalt am Gericht in Frankfurt, bin ich einen Tag mitgegangen, um mir das anzugucken, wie das ist. In meinem Kopf war das halt so Matlock-mäßig oder so wie in so Suits oder so geile Anwaltsserien, ja. Und dann kommst du da in dieses ... Allein das Gerichtsgebäude in Hamburg ist schon so ... Das hat mich schon instant depressiv fast gemacht. War das in Hamburg auch sogar, oder was, damals? Habe ich Hamburg gesagt? Frankfurt meinte ich. Nee, Frankfurt. Das Lügengebilde bricht zusammen. Ja. Und es war schon alles so, wie so ein Finanzamt wirkte. Und dann kommst du da rein, der Raum ist leer, es ist alles so bieder. Und dann sitzt er da und sagt irgendwelche Aktenzeichen. Und die Richterin sagt irgendwie, ja, machen wir dann so, machen wir so, zack, fertig. Unterschreibst, gehst raus, tust es in irgendeinem Fach. Und dann, das war's. Und ich dachte so, das ist ja, das ist ja gar kein Debattierclub. Das geht ja gar nicht darum, den Mörder zu überlisten. Haha, aber wir haben hier noch das Videotape. Oder so. Nichts dergleichen. Stattdessen musste er dann zurück ins Büro, hatte einen Schreibtisch, wo die Akten bis an die Decke gegangen sind, hat dann eine Akte nach der anderen genommen und dann so abgetippt und kein Wort geredet. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße. Das hab ich mir aber anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich fragen, ob du so ein Bild von dir selber hattest, aber du hast es gerade selber beantwortet. Also wie zum Beispiel in den Serien, die du gesehen hast oder in Filmen. So von wirklich so Objection. Ja, sowas halt. Das Bild hattest du dann halt schon, ja. Du hast so eine Fantasy. Aber dann lass uns genau da mal weitermachen einfach. Also welche Fantasy auf jetzt in x Jahren irgendwie hätten wir? Also wer weiß. Also Richter wirst du wahrscheinlich nicht mehr irgendwie. Aber vielleicht ist die Vision ja die gleiche. So, weißt du? Ja, ich würde wahrscheinlich nach heutigem Sinn trotzdem irgendwie in diesem kreativeren Schauspieler, ist natürlich wahrscheinlich zu spät jetzt, aber eine Schauspielschule, was ich mich nicht getraut hab nach dem Abi. Oder vielleicht Journalismus, Sportjournalismus irgendwie. Es gibt halt jetzt auch ganz andere Kurse, sag ich schon. Ausverwiderungen. Damals gab's halt fast kaum solche Sachen. Also gab's schon, aber es gibt jetzt viel mehr Medienberufe jetzt. Oder zum Beispiel Grafikdesign. Aber was, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das zahlt nicht unbedingt auf meine Stärken ein, aber das find ich halt geil. So, wenn ich mal unseren Grafikern seh an den Tools, irgendwie so schneiden und 3D-Animationen machen und sowas, das find ich halt auch schon ganz geil. Ja, schon, ja. Also Style oder sowas ist auf jeden Fall, ist ja bei dir, also ist ein Thema für dich. Einfach das, was gut aussieht. Ja, ist ja so. Wie bei dir malen halt auch ein Ding ist. Hast du mich grad oberflächlich genannt? Nein. Aber so, bei dir ist es ja auch malen oftmal so, ne? Also das heißt, das, was ich ja immer mitkriege, ist diese ständige Malerei sozusagen halt. Ist es bei dir auch eher so ein Design-Thema dann, oder was? Oder wäre es ein Design-Thema? Naja, das Malen mach ich, glaub ich, weniger, weil ich was designen will, sondern weil mein Hirn muss in irgendwas reinfließen. Und insbesondere, wenn ich in Situationen bin, wo ich nicht selbstbestimmt bin oder wenn ich das Gefühl hab, ich bin in einem Leerlauf oder so, dann muss ich malen, dann fließt das so, kann ich das kanalisieren. Wenn, so in Meetings zum Beispiel, wenn ich in Meetings sitze und Leute reden einfach und insbesondere, wenn man im Medienberuf arbeitet, wo viele Leute viel reden, ist es oftmals so, dass sich die wichtigen Informationen verstecken sich in einer Masse an Worten und dann merkt man so, okay, da ist jetzt nicht so viel Relevanz drin. Da wird viel geredet und das ertrage ich nicht und dann muss ich malen einfach, um nicht durchzudrehen. So, aber ich bin auf, ich glaub nicht, dass ich ins Design oder so. Bei mir wär's auch, früher war's auch so Sportjournalismus, irgendwas in dieser Richtung. Ich hatte Bock auf Schreiben, in der Form irgendwas Kreatives zu machen. Und dann ist aber auch immer die Frage von Talent. Also bei mir hätt's, glaub ich, von meinem zeichnerischen Talent jetzt nicht dafür gereicht, wirklich Grafikdesigner zu werden oder so. Das ist einfach, das hab ich schon früh in der Schule auch gemerkt, ich hatte immer Bock auf Zeichnen, aber ich hatte auch immer Leute in meinem Umfeld, die sehr talentiert waren und sehr viel besser waren als ich, wo ich immer direkt wusste, wo meine Grenzen sind. Und deswegen, ja, das ist auch viel Übung, klar, man kann das auch wirklich lernen und üben, aber ich hab immer gesagt, Leute sagen immer, ja, das ist nur Übung und so. Und ich behaupte aber, nein, es ist mehr als das, es ist auch viel Talent, aber ich hätte auch in irgendeiner Form vermutlich irgendwas Kreatives machen wollen. Und das, was du auch gerade beschreibst, so diese Gründlichkeit, ne, diese Struktur, diese Organisiertheit, das ist etwas, das kann ich einfach nicht. Ja, okay, aber ich versuch gerade irgendwie so, guck mal, ich muss irgendwie an Physik denken. So, weißt du, lass uns mal, lass uns mal fiktiv weiterspielen, also wir haben kein Problem damit, irgendwie die nächsten Jahre zu lernen und Prüfungen zu machen. Von mir ist auch von, von, von Themen, die irgendwie langweilig sind, die man so auf dem Arsch irgendwie irgendwie versucht irgendwie mitzunehmen, aber Physik zum Beispiel, also ich weiß nicht, wäre Physik ein Thema für dich zum Beispiel? Ja, ich lese sehr gerne Science-Fiction-Shit und gucke sehr gerne Science-Fiction-Serien. Mit Betonung auf Fiction, nicht Science. Ne, unterschiedlich, ich lese auch Hard Science, es gibt auch viele Bücher, die... Ist Hard Science so wie Heavy Metal zu Metal? Ne, das ist einfach, wo, also ich gebe dir mal ein Beispiel, äh, Star Wars ist halt, hat nichts mit Science-Fiction zu tun, das ist ja eher so fast schon Fantasy im Weltall, aber es gibt halt auch Serien, wo die Korrektheit der Physik und der Technologie dahinter sehr im Vordergrund steht, wo sehr viel beschrieben wird, wie ein Antrieb funktioniert oder welche physikalischen Kräfte bei Beschleunigung von Raumfahrzeugen wirken und solche Sachen, wo du merkst, der Hintergrund der Autoren ist oft... Tatsächlich vielleicht die Physik, es gibt, äh, einen deutschen Autor zum Beispiel, ähm, äh, äh, Peterson. Ja, findest du? Peterson, nee, also, der heißt so, der hat zum Beispiel, der hat, äh, auch so ein Background in der Physik oder auch in der Weltraum-Dings und von dem, der hat irgendwann angefangen zu schreiben und ich hab alles von dem gelesen, am Anfang hat man gemerkt, okay, der, der, sprachlich ist der jetzt noch nicht so krass, aber sein Hintergrund, ist klar, wo seine Motivation herkommt oder, und ich finde, der wird immer besser, was so Schriftstellerische, man kann so richtig so sein, sein Werk verfolgen und ich finde, er wird immer besser, was das Schreiben angeht, aber der hat halt immer diesen Hintergrund und das fand ich irgendwie auch mal total interessant, aber nur, weil ich es spannend finde, aber ich bin, glaub ich, komplett untalentiert in all diesen Dingen, ich würde mir niemals anmaßen, Physik studieren zu können, das ist zu krass, das würde mich, glaub ich, übersteigen, auch, auch meine, meine Lernlust. Aber jetzt hast du ganz so ausgeschlossen, sag mal, was du, also du musst heute dich, äh, deine Eltern sagen, du musst dich einschreiben, du musst eine Ausbildung machen. Darf ich vorher was fragen? Ist das finanziell ein Aspekt oder kann ich rein nach Lust? Rein nach Lust, rein, wirklich, also wir blenden mal bewusst in diesem fiktiven, blenden wir einfach mal eine fucking Realität aus. Du kannst einen neuen Berufsweg wählen, wie Umskillen beim Rollenspielen. Mhm, also es gäbe so verschiedene Wege, ich muss mich anscheinend, aber also entweder, was mich immer so ein bisschen gereizt hat, war Geschichte, weil mich das einfach interessiert und bei mir ist das so, wenn ich irgendwo bin, an alten Ruinen, Ausgrabungsstätten oder so, dann fasziniert mich das komplett, weil dann in meinem Kopf so eine Zeitreise passiert und ich dann den Leuten dabei zusehe oder wie die in dieser Zeit gelebt haben, deren Alltag und so, ich finde das komplett faszinierend. Also da hätte ich eine intrinsische, eine Begeisterung, eine Leidenschaft für, um das zu lernen. Nicht alles, also wenn ich jetzt altertümliche Mini-Gesänge und so, das ist nicht alles spannend, aber so glaube ich, da ist viel bei, worauf ich Bock hätte. Was wäre denn mit Archäologie? Das wäre das nächste, ist natürlich viel, da musst du viel rausgehen und auch, ja ist so, also das ist so Indiana Jones mäßig komplett romantisch und geil, aber du musst halt auch viel einfach Sand davon schaffen, bis du dieses eine Highlight hast, eine Büste von Alexander dem Großen zu finden, was dann das Highlight deiner Karriere ist. Und es ist nicht immer die Grabkammer von Tutankhamun, die du findest, sondern oft buddelst du einfach rum und buddelst vielleicht auch vergeblich. Aber auch das finde ich ultra spannend, aber das ist halt immer dieses Verdichtete. Wenn dann was gefunden wird, denkt man sich, oh wie geil, da wäre ich gern dabei gewesen. Wenn, aber die 20 Jahre davor, wo du vielleicht eine Tonscherbe findest, das gleiche mit Paläontologie oder sowas, ne? Wenn du dann ein Skelett von einem neuen Dinosaurier findest, oder was ist Paläontologie? Ja, ja. Aber ich meine nur, das ist Dino-Kunde. Genau, aber ich glaube, es würde vermutlich eher sowas sein wie Sportjournalist, sowas wie Noah macht oder so, ne? Aber weißt du, da frage ich mich, muss man das heute, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich würde, glaube ich, gar nicht studieren dann. Sondern ich würde versuchen, bei irgendeinem Blatt anfangen, Lokalblatt zu schreiben. Also ich krieg das jetzt so mit, so im lokalen, im Eintracht-Umfeld, so wo die Leute, die schreiben erst für einen Eintracht-Blog, dann sitzen die wirklich bei den Pressekonferenzen dann da. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn es dann heißt, so, ja hier, Nikolas Richter von SGE Forever, nächste Frage. Und der stellt dann die Frage und ich denk so, alter, der Typ ist 21 und darf jetzt hier Dino Topmüller eine Frage stellen, worüber ich im Eintracht-Forum diskutiere. Und der fragt die einfach, den Typen so, ne? Und das ist einfach Quereinstieg und dann sitzt er irgendwann bei Sport 1 und dann ist er der Redakteur beim Doppelball und dann bist du Sportjournalist, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man dafür auf die Henry-Nannen-Schule muss oder so oder ob man da nicht einfach machen muss. Und da hast du jetzt ein geiles Beispiel genommen. Also jetzt unabhängig des Weges, also klar ist das die fiktive Ausgangsfrage, Studium oder Ausbildung, aber Sportjournalismus ist schon, ey, das bist schon du, hast du schon Bock drauf, oder nicht? Also wirklich ganz tief rein und ganz tief, jetzt nicht nur die Eintracht, ihr macht es ja in der Bundesliga halt auch ständig, ihr seid ja schon Sportjournalisten aus meiner Perspektive irgendwie, aber wenn du das ab jetzt sozusagen nochmal spezifizieren würdest, wäre es schon ein geiler Weg, oder nicht? Das könnte ich mir gut vorstellen. So wie bei dir Archäologie zum Beispiel, also als ein Themenfeld, also dieses, ne? Ja, aber wie gesagt, das sind dann eher die etwas abstruseren, romantisierten Vorstellungen, aber ich glaube wirklich auch, dass, ich hab immer schon gerne Sport geguckt und auch viele Sportarten, also ich hatte auch immer schon ein breites Interesse und es ist nicht nur der Fußball und ich glaub schon, und dann halt auch Bock drauf zu, da kannst du ja auch schreiben und labern und so weiter, ich glaube, dass, da hätte ich auch ne, auf jeden Fall. Ja, aber ey, ich find die Antworten schon total geil, also reicht mir schon, wir können kein Thema, weiß ich, sag du. Ey, bei mir wär's wahrscheinlich, hat's geklingelt? Soll ich rangehen? Sorry. Das ist die Philosophie, die anrufen. Ich hab ja Philosophie immer schon irgendwie so als Ding, aber nee, ich würd tatsächlich, glaub ich, jetzt Game Design machen. Das gab's halt einfach vor 20 Jahren noch nicht, ähm, ich find Game Design als Disziplin halt einfach arschgeil. Ich find's super interessant, weil das verbindet irgendwie auch so ganz viele andere Themen, wovon ich keine Ahnung hab, aber Soziologie zum Beispiel, also Gesellschaftskunde, so, was macht der Mensch? Ja, eben Game Design wird genau da drauf geguckt, weil, welches Regelsystem baust du, wie sieht das aus, wie fühlt es sich an, was können Leute drücken und was kommt dann zurück? Aber warum dann nicht so, also, Interesse? Weil, weil Game Design, diese automatische, technische Realität, die wir ja haben, irgendwie einfach mit inkludiert im Studium, also, ne, wie baust du Welten, welche Regeln definierst du für die Welten, welchen, also, was, ja, was sind die Spielregeln, wenn du so willst. Game Design ist für mich die wissenschaftliche Annäherung für dieses komische Feld, was tatsächlich irgendwie ein bisschen neuer ist, so. Also, ich hab da ne sehr romantisierte Vorstellung von. Ich glaub auch nicht jetzt, wenn ich Game Design irgendwie angehen würde, dass ich dann irgendwann als Game Designer irgendwie Spiele kreieren würde, aber ich find das fach irgendwie so interessant. Aber das ist, also, ich find das eine super Antwort, weil auch natürlich dieser Studiengang sich ja entwickelt, ne, also, der ist ja, den gab's, wie du sagst, vor 20 Jahren gar nicht und dann wird der irgendwann mal aufgemacht und angeboten. Und dann musst du ja auch erst mal so ne Lernstruktur schaffen, dass du Professoren hast, die da erst mal auch wirklich was unterrichten können, die ja aber ihrerseits gar nicht das studiert haben oder so, sondern die müssen ja aus der Praxis irgendwo kommen und dann baut sich ja erst so ein Lehrstuhl auf und bis du dann wirklich sagst, okay, das ist der Unterricht, das sind die Fächer und so weiter. Total spannend und, ähm, fänd ich auch mega, worauf ich Bock hätte, was, wo ich sofort auch, wenn ich's könnte, alles liegen lassen würde, glaub ich, wär, wirklich auch selber Spiele bauen. Und ich würde gerne, also, wenn ich jetzt noch mal so 18 wär oder so, dann hätt ich, glaub ich, richtig Bock drauf, das zu lernen und dann aufgrund meines introvertierten Naturells hätt ich auch kein Problem, sehr lange vorm Rechner zu sitzen und selber Spieleideen, ja, auch erst mal so klein gedacht, einfach zu programmieren und dann mit so rudimentären Grafikfähigkeiten das auch selber so zu entwerfen. Es gibt mittlerweile so viele Tools, die das abnehmen können, ne? Also, vorgefertigte Modelle, Grafiken, Sachen, die du, da kannst du ja relativ schnell dir Welten, äh, selber erstellen. Das fände ich mega spannend, da hätt ich richtig Bock drauf. Ey, wenn the day before es hinkriegt hat, dann könnte man das vielleicht auch hinkriegen, einfach. Ich glaub halt, bei Game Design ist halt auch so, dass, da gibt's halt so viele unterschiedliche Jobs innerhalb des Game Designs, da gibt's den Grafiker, den Sound, den Regisseur oder den Producer oder keine Ahnung, da gibt's so, ich hatte das damals so, als ich in die Werbung wollte und gedacht hab, ich will irgendwie Werbe, äh, Millionär werden. Ich will, ich will Werbe, ähm, Werbefilme machen. Also, Werbespots. Weil ich die so, ich hab dann immer so die lustigsten Werbespots der Welt geguckt. Für mich war das im Prinzip eine andere Art und Weise, Sketche zu drehen. Ja, ja. Und ich hab dann immer gedacht, so geil, so lustige Werbespots würd ich gerne machen. Und dann würd ich die aber gerne selber auch mitspielen, ich würd gern den Text schreiben, ich würd gern Regie führen. So, und man hat dann so ne Allmacht, oder ich hatte so ne Allmachtsfantasie, weil ich will das das ganze Ding dann mehr oder weniger so, weil die Vorstellung, ich denk mir was aus, und ein anderer spielt es dann, und ein Regisseur, und das ist überhaupt nicht so, wie's in meinem Kopf war, das würd mich dann schon wieder abfacken. Aber die Realität ist halt, es gibt halt, innerhalb eines Werbespots, das sind halt 20 verschiedene Berufe, die da sozusagen dazukommen. So ähnlich wie's jetzt auch hier beim Fernsehen, wenn wir einen Einspieler bei Game 2, ne, da gibt's dann den Kameramann, da gibt's dann den, der das geschrieben hat, den Redakteur, den Regisseur, Aufnahmelang, so, und alles spielt halt zusammen. Und ich glaub, beim Gamedesign ist es halt auch so, ja, du hast dann, bist du der Typ, der sich das große Ganze überlegt, also sozusagen der ... Der Regisseur, das Pendant zum Regisseur? Ja, Regisseur oder Producer, oder weiß ich nicht, der sagt so, ich will ein Piratenspiel, so, aber das Piratenschiff designst du dann nicht, oder designst du das auch, oder sagst du, wie's aussehen soll, aber umgesetzt macht's dann wieder jemand anders, und, also, da sind so viele Berufe in einem halt noch drinne irgendwie bei Gamedesign. Ich glaub, das kommt aber auch schon hin, so wie ich das auf jeden Fall, also, einfach aus dem Alltag irgendwie so mitbekommen hab. Programmierer, Grafiker. Die gehören alle mit dazu irgendwie, aber ich glaub, Gamedesign ist schon eher die Regie eines Videospiels. Die Vision. Es gibt immer noch die Produzenten, die das Geld irgendwie zusammenhalten müssen, aber der Gamedesign ist eigentlich die Disziplin, die ganz eng zusammen mit Narration, also Story, als auch mit Technik, ne, dann daran wirkt, dass es ein Ding wird. Also, so ein Dirigent, der quasi dafür sorgt, dass die, das ist, glaub ich, auch das, was, also, so wie ich dich kenne, du wärst, glaub ich, eher der Typ, der die Vision hat, und dann kriegst du eine, ein, sozusagen, ein Team, ein Development Team, und dann kannst du das wie so, äh, wie bei Siedler oder so, kannst du die auf verschiedene Sachen setzen, damit es dann so dein, dass deine Vision zum Leben kommt, ne, weil anders geht's ja, also, du kannst ja nicht selber alles machen, das geht halt nicht. Also, so wie, wie so bei Hidetaka Miyazaki, ne, FromSoft, der wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht selber programmieren, wie sich's anfühlt, wenn der springt, aber der wird dann sagen, ich will, dass es sich anfühlt, wie. Aber da musst du ja erstmal an eine Position kommen, ne, und die musst du dir erarbeiten, und das ist ja immer so das Vermessene, alle haben Ideen, so klar, man findet seine eigenen Ideen immer am geilsten, und wenn ich jetzt reich wär, das würd ich sofort, das, also, ich hab, die Spiele, die ich in meinem Kopf hab, ne, ähm, die ich immer so, wenn ich abdrifte, so, mir meine Weltenballen, die würd ich sofort einfach umsetzen, wenn ich reich wär und mir das egal wär, und ich hätt die Möglichkeit, würd ich mir ein Team zusammenstellen, und, äh, denen genau sagen, was ich bauen soll, mir egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, weil ich bin ja reich. Aber, wenn man jetzt mal einen realistischen Werdegang zeichnet, kann ich ja nicht einfach sagen, ich will der Typ sein, dessen Ideen ihr alle umsetzt, weil jeder hat Ideen. Und, aber da muss man erst mal anfangen, sich selber, also was zu programmieren, sich seine, wie sagt man? Sich hocharbeiten. Ja, aber da kickt ja wieder die Realität halt rein, ne? Ja, das ist ja das Wunder. In diesem fiktiven Spiel, was wir jetzt ja sozusagen haben, ist das alles, ist alles, tut mir dann, hast du Ideen, die alt sind, also jetzt, Spielideen von mir aus, also, die dich einfach seit, was weiß ich, 10 Jahren, 20 Jahren verfolgen? Irgendeine Idee, du auch, ist irgendwas im Hinterkopf, was, was einfach überdauert hat. Also, es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die, äh, dann auch umgesetzt wurden im Laufe der Jahre. Ja. So. Geil. Äh, die, also die andere dann einfach. Der iPod. Der iPod. Nee, aber wisst ihr noch, zum Beispiel, diese, ähm, diese Piratengeschichte, von der ich euch mal vor 20 Jahren erzählt hab, was eigentlich im Prinzip Sea of Thieves ist. Ja. Oder Skull and Bones, ne? Naja, eher Sea of Thieves, weil Skull and Bones hast du dann nur dein eigenes Schiff. Und bei Sea of Thieves hast du so Kooperationen auf einem Schiff und so. Und, ähm, dann dachte ich, hab ich ja noch gedacht, so, dann fährst du da rum und dann, darauf warte ich immer noch, das hat noch keiner gemacht. Aber ich wollte dann haben, dass, wenn du, du hast einen Avatar, einen Pirat und wenn du dann Kämpfe verstrickst, gibt's so ein Zufallsereignis, wenn du Schaden nimmst, dass du Gliedmaßen verlieren kannst. Und dann musst du, kannst du aber einen Holzarm, ein Holzbein oder so quasi darauf ransetzen. Aber die haben halt dann Eigenschaften, wie bei Diablo irgendein, wie ein Itemset. Oder Cyberpunk. Wie eine Armschiene. Bitte? Cyberpunk. Nur rückwärts. Ja, im Prinzip. Ja, wie, ja, ja, vielleicht wie bei Cyberpunk, aber so, dass du halt ... Statt einem geileren Arm hast du halt nur einen Holzstumpf. Ja, aber der, genau, aber der Holzstumpf hat halt Eigenschaften. Und du willst eigentlich einen Holzstumpf haben, weil der hat halt, gibt dir halt irgendwie plus fünf auf Kanonen nachladen oder whatever. Aber du kriegst den halt, kannst es nicht beeinflussen, wann du schreibst. Schreiben minus fünf Stechen plus zehn, sowas. Und dann kannst du halt verbesserte Armstümpfe finden und dir ausrüsten und so. Ey, scheißegal. Haben wir Ewigkeiten drüber, hab ich die euch voll gearbeitet früher. Und also das ist ... Solche Sachen werden dann ja irgendwann mal umgesetzt. Äh, ja. Ja, okay. Ja, ich hab, ich bin da, was Videospiele oder so angeht, bin ich echt, hab ich, bin ich nicht ... Also, ich bin eher so jemand ... Also, klingt so bescheuert, wenn ich's sage, aber es gibt halt schon Spiele, die sind sehr nah dran an dem, wie ich's mir halt auch ... Also, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, so, außer, ich sag extra keine Namen, wenn es nicht in irgendeinem Zusammenschnitt landet. Aber ich hab kaum ... Wie jetzt? Aber, also, es existiert schon ein Spiel, was, wo du sagst ... Wie eine ganze Serie existiert, die ist einfach ... Die nahezu perfekt ist, ja. Also, ich denk natürlich sofort an FromSoft, aber was hindert dich daran, das zu sagen? Ja, weil ich's immer sage. Ja, und? Ja, aber ... Aber ja, es ist einfach sehr ... Also, mit Elden Ring ... Es ist einfach so nah dran an dem Spiel, dem perfekten Spiel für mich. Also, vielleicht noch abtrennbare Gliedmaßen. Also, es gibt da noch so Kleinigkeiten, die man verbessern könnte, ne? Dass du mit dem Schwert einem auf dem Bein haust und das Bein fliegt weg und der kippt um oder so. So physikalische Schnickschnack-Sachen oder so, ne? Oder ich hab jetzt neulich Half-Life 2 noch mal gespielt. Da find ich halt auch diese ... Die physikalischen Sachen, die du machen kannst mit der ... Mit dieser Saug ... Wie heißt die Knarre da? Ja, Gravity Gun. Gravity Gun, genau so. Dass du halt ... Du bist in dieser Welt und kannst dir Sachen überlegen und die Klappen. Oder bei Baldur's Gate geht das ja auch oft, ne? Das find ich halt geil, wenn du dir was überlegst und es auf irgendeine Weise noch so verrückt ist. Aber im Echten, dem könntest du's ja auch machen. Ein Seil an den Eimer, den Eimer da hoch und dich dran hochziehen. Vielleicht reißt das Seil, vielleicht klappt's aber auch. So, solche Sachen. Aber so generell, so ein konkretes ... Jetzt so konkret, ich will mal ein Piratenspiel oder so. Das hab ich jetzt eigentlich nicht. Da bin ich nicht so ... Da bin ich nicht so ... Das hab ich eher so ... Ich glaube, was ich ... Das klingt auch so bescheuert. Und eine Sache, die ich immer mich gefragt hab, ob ich das gut könnte, wäre Regisseur, Filmregisseur. Weil ich, glaub ich, ganz gut mitteilen könnte, den Schauspielern oder so, wie ich ihre Emotionen haben will, damit das rüberkommt. Und dann hab ich mir aber überlegt, gleichzeitig beißt sich das mit meiner Faulheit. Weil als Regisseur bist du verantwortlich für alles. Ja. Und du musst ... Du musst der Erste am Set sein, du musst der Letzte, der geht. Du musst an allen Departments den Überblick haben. Weil du musst so Jahre vorher schon an diesem Projekt arbeiten. Du musst dir die Skizzen angucken. Du musst sagen, nee, das will ich so, das will ich so. Du bist wie so ein Maestro, wie so ein Dirigent halt, ja. Und da komm ... Da denk ich dann immer wieder ... Ja, weiß ich nicht. Das zahlt dann wiederum nicht auf Stärken ein, die ich hab. Weil da bin ich dann zu sehr jemand, der es gerne outsourced. Der sagt, ach nee, sag ... Ja, okay. Wir haben ja letzte Woche über Gossip so ein bisschen geredet. Also einfach über dieses, ne, wie viel Zeit du dann aber auch damit verbringst und wie viel Freude es dir auch macht, einfach dieses ganze Thema mitzubekommen. Wer redet mit wem? Celebrities, ja. Das Drake-Video irgendwie, hab ich gelesen, hat er wohl selber gemacht, hab ich in den Comments gelesen. Ich hab's auch nicht ... Ich hab's auch nicht ... Ich hab's auch nicht ... Wir haben ja die ganze Zeit gerätselt, wer hat ihn gefilmt, stellt sich raus, das war ein Spiegel. Ja. Der hat sich halt selber gefilmt, ich hab das nicht gecheckt. Ich hab's jetzt auch nicht ... Dramatische Entwicklung in diesem Fall. Aber ... Ist interessant, schon interessant. Ey, ich würd's nicht machen, aber ist egal. Wollte ich nur sagen, wenn du das aber eigentlich ... Also, weiß ich nicht, wenn es ein Szenario gibt, wo du diese Power einfach umkanalysierst, weil die dann sozusagen ... Weil das in der Funktion und dann auch mit einer Souveränität oder so was in der hat, aber wenn du das dann umkanalysierst, du kriegst halt viel mit, so ungefähr. Und so, du ... Auffassungsgabe. Auffassungsgabe, et cetera. Und wenn du das dann irgendwann fiktiv auf ein Set oder so was bringst, ich find's cool, ich find das interessant, wenn du so deutlich sagst, ey, Regie ist eigentlich immer was, was geil ist. Also, es geht ja gar nicht darum, jetzt im ersten Schritt das gleich irgendwie mit der Knallharten Realität unseres Werdegangs irgendwie gleich zu verbinden. Ob das natürlich ... Natürlich kommt das automatisch. So, ne, auf jeden Fall. Ich würd auch kein fucking FromSoft-Game entwickeln können, nur weil ich Game Design irgendwie studiert hab. Auf gar keinen Fall. Also, ich glaub, um in diesem Szenario weiterzudenken, wahrscheinlich würd ich genau das Gleiche machen wie jetzt auch. Ich würd irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung von Games haben, denen erklären, warum Games theoretisch als Medium total geil sind. Aber ich würd auch nicht selber ein Produkt bauen. So, weißt du, was ich mein? Ja. Aber das Wissen dahinter find ich halt mega interessant. Und halt noch so etwas, was so nach wie vor so ein bisschen unerforscht ist. Warum sind die FromSoftware-Spiele so geil? Das kannst du deutlich besser beantworten als ich, weil ich als Konsument die Geduld dafür geschafft hab. Du würdest gerne das verstehen. Warum ist das bei dem Spiel so und bei dem Spiel so? Und warum funktioniert's da und warum funktioniert's da nicht? Eigentlich such ich auch nur nach Ausreden, um FromSoftware-Spiele einfach mal durchzuspielen. Das ist für mich eigentlich runtergebrochen. Deswegen hab ich das Thema hier gemacht. Da bist du eigentlich schon sehr nah dran. Ich würd gern ein Modul FromSoftware 1 schaffen. 2. Aber um mal auch den Leuten da draußen vielleicht ein bisschen Hoffnung zu geben. Also, wir sind jetzt natürlich schon wirklich alt. Aber zum Beispiel eine Freundin von meiner Frau, die war Anfang, Mitte 30 und hat in einer Werbeagentur gearbeitet. Als, was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und die war so unglücklich. Also, die war wirklich unglücklich mit dem ganzen Job, mit der ganzen Branche, mit allen Anforderungen. Und dann hat die noch mal Zahnmedizin studiert, Mitte 30. Und die hat es durchgezogen. Und die ist jetzt, weiß ich nicht, Anfang 40 oder so. Oh, die ist jetzt Zahnärztin. Ja, ist geil. Kann sie all die aufgestaute Aggressionen an Zähnen rauslassen lassen. Nein, aber ich find das einfach ... Und die kann den Beruf jetzt noch 20, 25 Jahre lang machen. Und es ist einfach so was, wo du halt denkst so ... Also, da würde wahrscheinlich jeder von abraten, einem Mit-30er irgendwie zu sagen, ich werd noch mal Arzt. So ungefähr, ja. Aber ich find das halt irgendwie ... Das nötigt mir ganz viel Respekt ab, zu sagen, du musst ja dann auch irgendwie im Lifestyle erst mal wieder ein paar Schritte runtergehen. Weil wenn du studierst, wirst du in der Regel nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wie wenn du schon berufstätig bist. Du musst lernen. Du musst mit Mitte 30 bist du plötzlich umgeben wieder von jungen Menschen, die vielleicht ganz andere Lebensentwürfe zu dem Zeitpunkt haben und so weiter. Also, das find ich schon sehr respektabel. Und da muss ich immer so dran denken, weil ich finde, was man nicht machen sollte, was natürlich leichter gesagt ist als getan, ist irgendwann mal, du hast mit 18, 19, wenn du echt noch grün hinter den Ohren bist, du kommst von der Schule, du hast vom Leben eigentlich noch gar keinen Plan. Und dann machst du irgendwie deine Ausbildung und deinen Beruf. Und irgendwie viele Leute, denke ich, bleiben dann in diesem Ding, weil sie es halt gelernt haben oder weil sie es halt gemacht haben. Aber eigentlich ist das bescheuert, weil, was wissen wir denn schon mit 18 oder 19 über uns und übers Leben und über die Möglichkeiten? Also, es verändern sich ja auch die Möglichkeiten. Also, wenn du, was du auch grad, Game Design und so weiter, das sind halt Dinge, die konntest du damals nicht machen. Und es ist oft so, glaube ich, wie du sagst, wenn man gezwungen wird, sich zu dieser Zeit, und das Studium ist dann eben auch nochmal die Möglichkeit, sich Zeit zu erkaufen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Studien abgebrochen werden von Leuten, aber es wird vermutlich relativ viel sein, was nicht durchgezogen wird. Und das gibt einem natürlich auch mehr Zeit, sich selbst kennenzulernen und auch ein bisschen die Realität auszuchecken, weil es ist ja, viel ist ja auch wirklich nur Romantisieren oder Vorstellung, wie ist ein Alltag? Und dann hängt es ja auch vielleicht davon ab, wo du landest. Landest du in einer Werbeagentur, wo das aufgrund der Konstellation für dich total unangenehm ist, da zu sein? Oder hast du einen Job, der dir Spaß macht? Aber ich glaube auch so, dieses Klassische, wie man es halt früher gemacht hat, am besten noch den Beruf deiner Eltern übernehmen oder so und dann bist du da dein Leben lang drin. Das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, sondern ist ja völlig normal, dass man wechselt und sich ausprobiert, sich verändert. Und das fängt natürlich im Kopf an, dass man das auch, diese Bereitschaft auch hat, zu sagen, okay, ich probiere mich nochmal neu aus. Ja, ey, boah, also natürlich, das können wir in dieser Runde auf jeden Fall besprechen. Natürlich beschäftigt mich dieses Thema auch, weil irgendwann der Nachwuchs ja an den Punkt kommt. Dauert noch ein bisschen, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann, ja, was machen die denn eigentlich? Dauert noch ein bisschen bei dir? Was kommt dann auch auf uns zu? Nicht mehr, Kinder auf jeden Fall, wenn du das meinst. Nein, einfach, keine Ahnung, also was ist denn jetzt gerade so der, wo würde ich zum Beispiel sagen, so nee, lass, also aus meiner Elternsicht, so nee, das macht keinen Sinn, mit 18 in diese Richtung zu gehen, weil zum Beispiel Klima- und Kältetechnik voller heiße Scheiße ist. Das wird noch benutzt, so ungefähr. So wie früher man gesagt hat, irgendwie vielleicht, also in, in, das Medizin der heiße Scheiße ist oder keine Ahnung was. Wißt du, was ich meine, was sind so die neuen Felder? Medizin ist überbewertet, das setzt sich nicht durch. Meinst du nicht? Nee. Leuten helfen ist, glaube ich, in Zukunft kein Thema mehr. Nee. Ja, aber das ist auch so ein Ding, dass man immer, es gibt natürlich nur wirtschaftliche Notwendigkeiten und Zwänge und am Ende des Tages arbeitet man ja, um sich ein Lebensmittelteil zu verdienen und da ist natürlich auch so eine Existenzangst auch oft ausschlaggebend oder wenn du dann ein gewisses Alter hast und du hast Kinder, dann ist es natürlich noch umso schwieriger, sich neu zu erfinden, weil du deinen Kindern gegenüber Verpflichtungen hast, finanziell, materiell, zeitlich, was auch immer. Wenn du dann jemanden hast, der dich unterstützt, einen Partner oder so, okay, aber es ist natürlich dann auch für manche Leute schwer umzusetzen, diese Romantik, sich noch neu zu erfinden. Aber ich glaube, ich glaube von der Notwendigkeit jetzt weg von dem, was wir, was wir vielleicht uns einfach fiktiv auch, was theoretisch geil wäre, gibt es ja einfach noch die Ebene so, ja, was wäre denn auch smart? Also was wäre einfach, wo ist der Need in den nächsten 20 Jahren? Das ist ja eine ganz normale Entscheidungsparameter nach der, also ich behaupte mal die, also natürlich gibt es Leute, die sagen, mir ist alles scheißegal, ich mache das, worauf ich Bock habe, aber ich glaube viele Leute, die ins Berufsleben gehen oder auch ein Studium oder so, die sagen sich, okay, was, weiß ich nicht, was wird, also wie viele Leute lernen Chinesisch jetzt oder so, als an der Uni oder so, weil das einfach auch businesstechnisch Sinn macht in Zukunft oder so. Ja, weil es dann irgendwie realistischer ist, dann irgendwann mit Abschluss von was auch immer irgendwie einfach in den fucking Lohn und Brot zu kommen halt, ne, also wirklich jetzt, ja, ja spannend, Stadtentwicklung hier, es gibt dieses Social Engineering Bereich, ist aber auch nur so ein Überbegriff, das heißt, Stadtentwicklung, man kann jetzt schon wohl scheinbar absehen, dass die Städte immer voller werden, so ein Scheiß halt, also ich glaube, das ist so ein Thema, was in 20 Jahren relativ akkurat ist, wo man irgendwo einen Job finden kann wahrscheinlich, aber ist jetzt auch nicht meins, ne. Ich sag Handwerk, nochmal, wer die Fähigkeit hat, und klar, also es kommt doch ja auf, was man macht, also gewisse Sachen sind sicherlich körperlich so anstrengend, dass man da irgendwann auch kaputt ist, aber es gibt ja vielleicht auch so Möglichkeiten, wenn man das kann, ich glaube, da kann man auch viel Geld verdienen mittlerweile, weil, die Leute studieren alle und wollen alle irgendwas machen, es gibt so viele Geisteswissenschaften und so, seien wir ehrlich, es gibt so viele Studiengänge, Kulturwissenschaften wollte ich früher studieren, zum Glück hat das nicht geklappt, weil, was machst du denn am Ende damit? Weil es so offen ist, ne? Ja, weil es ist so offen und es ist so, ja, aber was machst du denn am Ende damit? Also, wie viele Geisteswissenschaftler kann man unter, aber die Basis ist doch immer noch etwas, was wirklich, und das kann ja auch was Akademisches sein, dass ich Mediziner, ist ja auch jemand, der praktisch arbeitet sozusagen, aber ich glaube so, dass viele dieser, so dieser Berufe, da ist viel Bedarf und wenn man da Talent für hat, und Bock hat auf solche Sachen, muss das ja nicht immer irgendwas, ne? Ey, Pilot! Ich glaube, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, also es wäre tatsächlich auch geil, aber wenn da tatsächlich irgendwann mal Flugtaxen oder sowas kommen, dann wirst du ja irgendeine Form von Shit lernen müssen, damit du Lizenz hast, damit du Flugtaxen fliegen kannst, Flugdrohnen, so. Das fände ich zum Beispiel irgendwie cool, das ist auch wieder fiktiv, ist auch ein bisschen Science Fiction, aber es gibt ja schon die ersten Produktionen, die jetzt auch anlaufen von wirklich Flugtaxen, so. Ha! Wie geil wäre das? Also anstatt, so wie jetzt, da kann ich auch noch Philosophie nebenbei studieren, dann labere ich die Leute halt in der Luft voll. Wie geil wäre das? Aber die sind doch alle automatisiert dann, die Dinger, oder? Genau. Ja, aber dann bist du halt ein bisschen wie der S-Bahn, derjenige, der halt den Todmannsknopf hat irgendwie, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten 100 Jahren passiert. Nee? Nein. Ganz einfach, weil es muss nur einmal so ein Flugtaxi abstürzen und auf eine Kita fallen und dann ist das für alle Zeiten vorbei. Weißt du, was ich meine? Also das Problem, das Problem ist einfach, das ist sehr realistisch. Also Autounfälle in der Luft sind halt einfach nochmal 10.000 Mal schlimmer als Autounfälle am Boden. Ich sehe nicht, also klar, diese Fiktion, dass das irgendwann so ist, sieht man ja in jedem Science-Fiction-Film und so, aber mir fehlt irgendwie die Fantasie, wie das funktionieren soll, ohne, also, ja, oder man würde es schaffen, dass sozusagen wie so zu, also wie so Schienen, ne, wo dann da drunter und daneben, also dass es so bestimmte Strecken gibt, dann beraubt man sich aber ja auch wieder des eigentlichen Vorteils in einer gewissen Weise des Fliegens, weil, ne, also keine Ahnung, wahrscheinlich wird es das geben, so in 1.000 Jahren gucken die Leute dieses Almost Daily und sagen, der Typ war ja kein Idiot. Ja, in 1.000 Jahren gucken die auf jeden Fall dieses Almost Daily. Hallo Leute, in 1.000 Jahren. Lol, was der Typ gesagt hat. Ich hab zum DNA-Paket zurückgelegt, wenn ihr mich klonen wollt. Hier ist meine Einverständnis, aber ihr müsst mich gut behandeln. Nicht jetzt irgendwie. was du gerade machst, ne, du weißt nicht, was passiert. Ja, aber ich hab, deswegen sag ich ja, Disclaimer, ihr dürft mich nicht durch ne Kanalisation schicken als Bürste oder sowas. Ich will schon selbstbestimmt dann auch leben und ne gute Existenz haben. Das ist der Disclaimer. Oh. Ach ey, ich hab jetzt diese romantische Vorstellung irgendwie, wenn das, aus irgendwelchen Gründen ist es doch utopisch, eher utopisch als dystopisch und Leute, äh, leben mehr auf dem Land, weil da Platz ist irgendwie und dann hast du halt Flugdrohnenstrecken Es gibt ja die Dinger schon. Und dann fliegst du da halt, ja, aber es geht einfach nur das ist halt dann alltäglich. Anstatt dir ein Uber zu bestellen, holst du dir halt ein Uber-Uber oder sowas. Aber guck mal, wenn man jetzt überlegt, dieser Trend, der ja super ist, zu sagen, die Städte müssen autofreier werden und dann muss ja die Mobilität in irgendeiner Form herstellen, es geht nicht alles über Nahverkehr, Leute wollen auch ne, ein bisschen autark sein, wenn sie auch ein bisschen Geld haben, dann holen die sich ein Flugtaxi, dann drücken die einen Knopf, dann kommt das Ding an, das ist eine automatisierte, das ist eher ja wie eine Drohne als ein Auto, die Dinger, es gibt ja schon so Prototypen, die sehen aus wie riesige Drohnen und dann, und diese, grad die Drohntechnologie, aktuell, scheiß Situation, aber was da allein, grade aufgrund von Kriegen in der Drohntechnologie, was da rum experimentiert und entwickelt wird und dann hast du diese riesigen Dinger, steigst da ein und vollautomatisch bringt dich das Punkt genau an ein anderes Ziel. Hey, ich glaub, ich kann mir vorstellen, in L.A. gibt es das ja quasi, das sind halt Hubschrauber. Driving Cars eigentlich, ne? das sind einfach Hubschrauber, ich mein, Kobe Bryant oder so, ist ja in so einem gestorben, die Stars, die leben ja in den Hollywood Hills oder dahinter und die fahren ja nicht mehr, der Verkehr in L.A. ist ja dicht, also ist ja wirklich komplett dicht, die Stars, die gehen dann, was weiß ich, zum Staples Center und werden dann abgeholt von einem nahegelegenen Hubschrauberplatz, der fliegt dann hoch, fliegt dann über die Hollywood Hills und landet bei denen im Garten und der Jeff Bezos steigt da aus und ist über den Traffic einfach drüber geflogen. Das haben wir gesehen, weil wir hatten ja bei der letzten E3 unser Haus direkt an den Hollywood Hills, also an dem Hollywood Sign und es sind ständig ... Stimmt, ihr habt erzählt, dass da die ganze Zeit Hubschrauber aufhören sind. Die ganze Zeit, die ganze Zeit fliegen die Reichen mit ihren Hubschraubern, Hubschrauber-Taxis, fliegen die hoch und runter, nach wo auch immer hin und das ist ja quasi, ist halt keine Drohne, ne, aber im Prinzip ist das schon so. Solange das so ein Privileg ist für die Reichen und es dann halt zehn sind, geht es, aber wenn das dann halt so zurück in die Zukunft zwei mäßig oder Jetsons mäßig oder so wirklich ... Oder Futurama. Jeder könnte theoretisch in seine ... Ja, Futurama. Jeder könnte theoretisch in sein eigenes Flugauto steigen. Da seh ich halt so ein bisschen ... Aber deswegen lieb ich auch Futurama so sehr, weil so dieses banal alltäglich irgendwie ... Wie gesagt, ich glaub, es wird eine Phase kommen, wo menschliche Piloten vonnöten sind, noch bevor es komplett automatisiert ist. So. Also wenn das kommen sollte, wird es irgendwo wie so eine Stufe, so Evolutionsstufen, irgendwann wirst du Leute da haben. Und das wird ähnlich so sein, mal hat der einen guten oder einen schlechten Tag. Dann ist einfach dein Pilot einfach voll der Assi oder einfach der ist genervt oder keine Ahnung, hat das Fenster auf oder so, weißt du, so Alltagsshit. Aber wie gesagt, ich kann mir das irgendwie schon in so einer fiktiven, utropischen Richtung, fänd ich das interessant. Einfach so Ausbildung. Was sind weitere Berufe der Zukunft? Ja. Roboterprogrammierer oder so was. KI, Datenbank, Administrator oder so was. Gibt's ja schon. Yoga-Lehrer. Ohne Scheiß. Je größer die Automatisation wird, durch was auch immer, desto mehr wird es diese, sagen wir, menschlichen Berufe wieder mehr geben. Also zwangsläufig. Das heißt irgendwo, das ist halt sowas wie Yoga. Aber ist das so? Könnte man sich nicht vorstellen, wenn ich so an VTuber oder so denke, dass dann bei Yoga auch einfach eine animierte Yoga-Lehrerin das macht und du auf deinem Screen zu Hause, also der Trend geht da ja auch schon. Gibt's ja im Prinzip jetzt schon. Genau, der Trend geht ja jetzt auch schon dahin, dass die Leute das alles zu Hause vom Screen her machen und nicht mehr irgendwo hingehen. Ey, das ist natürlich so ein stumpfer, naiver Wild Guest, aber ich glaub wirklich so, das hat man auch in den, äh, ja egal. Ich glaub schon, dass der Mensch an sich immer auch irgendwo dann unter anderen Menschen kommen will. Also, denk ich schon. Also, ich find's erstmal cool, dass wir alle versuchen, uns in einen Menschen hineinzuversetzen, der Yoga macht. Das ist halt um ehrlich zu sein relativ weit weg von uns allen. Das ist ein bisschen anmaßend, jetzt darüber zu sprechen, was der will und nicht will. Ähm, aber okay, ich seh, glaub auch, jemand, der Bock hat auf Yoga, mag vielleicht auch so dieses Gruppen-Yoga-Ding, äh, wo dann so ein Sträucherstäbchen ist und so ein ... Ja, aber ey, woher soll ich das wissen? Ich hab nämlich noch nie Yoga gemacht. Aber ich denke manchmal drüber nach, dass das super klug wäre, Yoga zu machen. Es ist natürlich schwer, über diese Ebene hinwegzukommen, in der man Yoga-Treibende verspotten will, ja. Aber ich glaube, dass das super smart ist, das zu machen, weil nämlich dann, je älter man wird, desto steifer und unbeweglicher wird man. Und ich glaube, Menschen, die einfach bis ins hohe alte Yoga machen, haben ein besseres Körpergefühl, einen besseren Körper, weniger Schmerzen. Ja. Und deswegen, jeder sollte eigentlich Yoga machen, aber es macht, es ist halt echt ... Ah, hm. Na, ich will auch ... Ja, ich muss die ganze Zeit nur ... Ach, Uke. Uke, irgendwann klingelt es bei mir in der Haustür und er schriekt ihm über, gab es Bierkram-Yoga, wurde angeboten. Was? Bierkram-Yoga ist scheinbar irgendeine Subform. Ey, wenn es falsch ist, weiß ich nicht, aber es ist bei hohen Temperaturen wie Yoga gemacht. Das heißt, du schwitzt dabei noch. Geil. Also es ist einfach Sauna und Yoga zusammen irgendwie und das war in der Nähe und Uke ist so typisch Uke. Uke probiert das dann halt aus. Ja. Also der macht das dann, ne, weil er macht ja dann halt einfach und dann klingelt es. Ich mach die Tür auf und die Haustür ist halt rot und Uke hat einfach genau gleich Farbe wie diese Tür. Der war so im Arsch, ey. Hat er nie wieder gemacht. Glaub ich. Weiß ich nicht. Ey, Yoga ist auch eine Welt, die weiß ich nicht. Aber, mein Gott, ich glaub schon irgendwann in der Zukunft ist tatsächlich sowas in die Richtung wie Yoga. Also irgendwas, was du anfassen kannst, was du menschlich, körperlich irgendwie tun kannst. Der ganze Sportkram. Bettenpflege. Das sowieso. Ich weiß immer nur, ob man damit auch adäquat entlohnt wird. Die Antwort ist nein. Nein. Ja, aber warum eigentlich nicht? Jetzt mal ernsthaft. Also das ist eine Frage, ich war, ich bin, warum? Kann uns, können wir nicht beantworten, aber ich verstehe es ehrlich gesagt. weil das kann nur über, über die staatliche Förderung gehen, weil da ja kein Geld drin ist. Ja, aber wenn du Elektroautos subventionieren kannst über einen sehr langen Zeitraum. Aber damit verdient der Staat halt Geld mit alten Menschen. Ja gut, aber wenn du in die Pflege langfristig investierst, dann weißt du jetzt schon, das lässt sich ja auch jetzt wahrscheinlich von schlauen Leuten belegen, hast du in Zukunft weniger Kosten. Also irgendwo. Wieso? Naja, weil du dann die nicht einkaufen musst, die Pfleger, die man halt braucht zum Beispiel. Weil du sie selbst ausbildest. Also ich bin gar kein Experte. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich mit Pflegen von alten Menschen einfach nicht besonders viel Geld verdienen lässt für den Staat, der es dann letztendlich, also während die Autoindustrie zumindest in Deutschland ja sozusagen jahrelang war, das Haupteinkommen von Deutschland war. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für ein Land, wenn die Alten so lange leben. Nee. Rein wirtschaftlich? Ja. Nee. Also ne, da hast du die Erklärung. Scheinlich. Das war's oder was? Es ist die Traum. Ich sag nicht, dass ich es gut finde. Ich sag nur, es ist leider so. Ja, also es ist, aber die Frage ist, also bevor ich bei der Alten pflege, ist natürlich ein Thema, aber du kannst ja schon viel früher angreifen, warum gibt's nicht bei Erziehern, warum verdienen? Also das würde mir, würde zumindest, könnte man wirtschaftlich, finde ich, noch besser erklären, zu sagen, okay, die Ausbildung und Erziehung und so weiter, der jungen Leute, das ist ja das letztendlich, was Zukunft, auch in Zukunft wichtig ist für ein Land, die potenzielle Schaffenskraft der Menschen, warum wird da nicht investiert? Das, da, da könnte man mal ansetzen, jetzt wird's aber dann, da müssen wir uns dann schon wieder in den Experten holen, da hab ich zu viel Haltwissen und zu viel emotionales Wissen. Ich hab gar kein Wissen, ernsthaft, ich interessiere mich dafür gesellschaftlich, ja, aber ich hab kein Wissen, aber ich frag mich die ganze Zeit, warum nehmen die nicht einfach einen Investitionstopf X und sagen, ey, alle Pfleger kriegen erstmal eine Gehaltserhöhung und Ausbilder, explizit Ausbilder, kriegen noch mehr und es wird erleichtert, dass man selber auch Ausbilderin oder Ausbilder wird in verschiedenen Pflegebereichen, es ist nicht nur Alterspflege, es ist auch hier Mentalshit und sowas, einfach insgesamt, weil Menschen sind scheinbar wichtig für die Zukunft auch, weißt du, so und warum packt man da nicht mal für einen längeren Zeitraum einfach wirklich Geld rein und das ist dann auch Bildungsbereich. Ich versteh's nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, ich will auch irgendwann gepflegt werden, hoffentlich. Oder mit einem Flugtaxi einen Arzt aufs Land fliegen, zum Beispiel, und über Platon reden. Das ist meine Wunschverstellung in 20 Jahren. Aber zum Beispiel, das könntest du doch instant haben. also zum Beispiel, wenn das Thema, du willst über Philosophen sprechen oder so, weil das ist einfach ein Interesse, das kann, das muss, man muss ja auch nicht alles als Beruf machen. Nein. Man kann ja auch Sachen als Hobby haben. Ja, das mach ich, ja. Also du brauchst ja nicht, nicht alles direkt, dann ja, wie gesagt, als Beruf machen und damit deinen Lebensunterhalt verdienen, aber du könntest ja jederzeit, was weiß ich, dich mit Menschen treffen oder wahrscheinlich gibt's an der Uni schon solche Kurse so, wo ältere Leute sitzen und ich hatte damals, als ich Amerikanistik, hab ich auch studiert, studiert hab, da bin ich in so einen Kurs gegangen, da ging's dann um Moby Dick und dann komm ich da rein und da saßen, die Leute waren 60 oder 70, die saßen da, das war wie so ein Lesekreis und dann wollten die älteren Herren, wollten dann über Moby Dick reden und ich war mehr oder weniger der Einzige, der das als Ausbildung, diesen Kurs, die haben mich richtig schief angeguckt, weil ich hatte damals auch keine Ahnung, es gab 30 Millionen Kurse, die ich hätte wählen können und ich hab gedacht, okay, Moby Dick, das kann ich mir vorstellen und dann kommst du da hin und das war einfach, das war nicht notwendig für mein Studium, sondern das war ein freiwilliger Kurs, der von irgendeinem gehalten wurde an der Uni und da kommen Leute hin, die da drüber labern, irgendwie keine Ahnung, wie das genau funktioniert, so nur alte Herren, die über, Bücher reden wollten, offiziell an der Uni, wie so ein Buchclub, also, ach ey, ich glaub im hohen Alter, das muss man sich dann auch irgendwie leisten können irgendwie und fit genug sein, aber bei mir war es ja 2010, hab ich ja kurz zwei Semester an Uni Hamburg gemacht, da waren auch halt Senioren dabei, also wirklich Rentner, so, die haben selber gesagt, ey komm, ich glaub der Älteste, der war 75, also wirklich, wirklich recht alt, so halt, ne, und die haben auch, alle drei, drei waren es an der Zahl, alle drei haben leider nach dem ersten Semester aufgehört, weil alle drei an dem scheiß Internet gescheitert sind, weil da schon der, ne, von wegen, man musste sehr viel anmelden übers Netz, und die haben einfach da, die haben einfach keinen Bock drauf gehabt, die hatten voll Bock auf das Thema, aber die sind gescheitert an der fucking neuen Bürokratie, so, das, ja gut, vielleicht machen sie es mit 100 nochmal, ich glaub das gibt's häufiger, dass ältere Menschen dann, die sind Rentner, die haben nix zu tun, warum nicht nochmal ein bisschen, na klar, auf jeden Fall, stell dir das doch mal vor, du bist irgendwann fertig, gehst so diesen klassischen Weg, fühlst dich aber noch fit, und, ähm, hast aber nix mehr, hast nix mehr, dann musst du dir halt was suchen, du fällst dir in ein massives Loch rein, es sei denn, du bist jetzt so ein Typ, der sich das leisten kann, und dann machst du eine Weltreise nach der anderen, aber dann bist du vielleicht irgendwann auch, hast du auch alles mal gemacht, man braucht ja ne Aufgabe, also, ich glaub viele Leute sind, das ist, das ist glaub ich auch da, wo dann so der Verfall anfängt, wenn du nichts mehr hast, was dich stimuliert, und wo du gebraucht wirst, und wo du was, was dich antreibt, oder, dass man dann so, so wirklich so, was mach ich denn jetzt, dann muss man ja was machen. Irgendwann, irgendwann wird dieser Punkt kommen halt irgendwie, wo man sich dann nochmal wieder, das sind ja immer, kommt ja scheinbar immer wieder im Leben, dass man sich dann nochmal neu findet, oder neu sich anpasst, auf was weiß ich, also. Ich werd knallert immer weiter zocken, einfach, und, ähm, das glaub ich auch, und einfach mit, mit 70 gibt's meinen, äh, Let's Play Kanal immer noch, ja, und dann zock ich da einfach, Marmeladenoper, und die, ja, Marmeladenoper, und, aber die Leute, die wachsen ja mit, die sind dann auch alle alt. Aber das ist dann schon alles Virtual Reality wieder, ne? Das ist ja dann nicht mehr. Vielleicht nicht, die nostalgische Brille wird auch in 20 Jahren noch da sein, oder in 30, weißt du was ich meine? Dann ist es halt cool, äh, keine Ahnung. Das find ich halt. Nochmal, ähm, weiß es ich. Ey, das ist aber ne, 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 ich weiß nicht, ob das haben, also ein Ring 4 zu spielen. Ne, komm mal, ich glaube, dass es das irgendwann geben wird, das ist ne Frage der Zeit, wenn es so, äh, wie, wie, Blogger geben wird, oder Logger? Also Virtual Reality Videoblogger, was auch immer. V-Tuber oder was? Ja, VR, V-Tuber, whatever. Also stell dir folgendes vor, du hast, du guckst ein Let's Play, aber jemand macht's auf die nächste Stufe und hat in seinem Raum 360-Grad-Kameras verbaut und du guckst dieser Person über Virtual Reality-Brille zu und bist dann bei der Person im Raum und kannst aber auch per Knopfdruck oder so auf das In-Game-Bild wechseln. Das geht. Und kannst aber easy auch wieder, kannst diese Person 360 Grad sozusagen stalken und das ist doch, 100% gibt's da einen Markt für, irgendwer wird der Erste sein, der das macht, das anzubieten und dann natürlich Premium gegen richtig viel. Aber wie wär's denn, Ja, das fängt ja jetzt schon an. Ich glaub auch, da sind wir nicht so weit weg von, aber was ist denn, wenn du als 70-Jähriger noch Let's Playst, aber dann eben dank Augmented Reality so aussiehst, wie jetzt, vor zehn Jahren vielleicht. Aber ja, aber dann hab ich noch langsamere Reflexe und rede dann, und jetzt. Ja, aber du bist immer noch der gleiche. Ja, aber das ist dann ja nur auf der Ebene zu den Zuschauern irgendwas Besonderes. Aber das ist doch geil, dass du immer Forever Young. Forever Young. Aber in der Realität halt nicht. In dem virtuellen Raum halt. Aber ja, aber... Ja gut, ich will das gar nicht machen. Weil für die Spiele, die du spielst, brauchst du eh keine Reflexe. Wenn du da irgendwelche Sachen baust, irgendwelche Siedler ins Kornfeld schickst oder so. Das ist doch geil. Das kannst du auch mit 70 noch machen. Ey, das kann ich mit 70 machen. Ey, ich muss die ganze Zeit lachen, weil, guck mal, wenn irgendwann der große Big Bang kommt, so Digitalisierung, Virtual Reality, Augmented Reality Shit und sowas, wird's wahrscheinlich, also wir werden auch so sein, wir werden mit der neuen Technologie nicht mehr hinterherkommen, weil sie schneller entwickelt wird, so wie jetzt unsere Generation vorher oftmals Schwierigkeiten hat. So, und dann wirst du ein bisschen wie so ein Infotafel, wirst du Operator haben. Ich glaube wirklich, dass es irgendwann sowas wie Operator gibt. Das heißt, wir in 20, 30 Jahren setzen eine Brille auf, weil wir Bankgeschäfte machen müssen. Aber wir wissen doch gar nicht, wo in dieser Welt wir eigentlich genau hin müssen. Dann ist da, weil das... Shotgun Nicola. Zum Beispiel. Ne, ernsthaft jetzt. Aber Nicola wäre dann tatsächlich eine Person, die würde in den virtuellen Raum kommen, menschlich, also, ne, weil einfach wir Menschen sagen, so, ja, wir wollen auch mit einem echten Menschen reden, ich möchte jetzt mal mit einem Manager reden und nicht mit einem Programm. Und dann wird's diese Operator geben, die sagen halt, ja, hier füllen sie diese Form aus, hier müssen sie das machen, hier müssen sie das machen und jetzt machen wir Yoga. Du und dein Yoga? Ja, als Running Gang für mich so. Es ist nicht meins, aber, so, irgendwas musst du dir am Körper machen. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg sind. Wenn ich mir jetzt so hier diese Apple Vision Pro und Meta 3 oder wie die heißt, angucke, das ist alles jetzt, das wird jetzt schon so angeleiert und ich glaube, wir sind nicht mehr so weit weg von ganz vielen solcher Möglichkeiten, die dann auch im Servicebereich zum Beispiel funktionieren oder so. Also, deshalb, dass du sagst, es wird in Zukunft immer mehr so auf Persönliches oder so, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe eher das Gefühl, also, ich verstehe, wo der Gedankengang ist, dadurch, dass es eben immer mehr alles virtuell wird, dass vielleicht so ein Verlangen nach Echten ist, aber, also, das gilt vielleicht für unsere Generation, ich bin mir nicht sicher, ob das für die nachfolgenden Generationen so ist. Ich weiß nicht, ob die das vermissen oder ob die nicht ihre Brille aufsetzen und dann in den Club gehen, also in einen virtuellen Club. Weißt du, was ich meine? Weil das auch so geil aussieht. Die müssen gar nicht mehr das Haus verlassen, die schreiben dann das Mädel direkt an per WhatsApp. Was daneben im virtuellen Raum. Ich bin nicht mehr sicher, aber es wird eine körperliche Sensation ja nie, also dann zum Beispiel, wenn du in dem Bild bleibst, daten etc., das wird, das Körperliche bleibt ja. Also, de facto wird es bleiben. Egal, wie du das augmentierst, von mir aus auch, wenn wir jetzt beim Thema Sex oder so sind, durch Treuße oder sowas, das wird alles, gibt es ja jetzt schon, aber wird auch weiterentwickelt. Aber so dieses rein physisch, natürlich körperliche, gerade weil es technisch so Möglichkeiten gibt, ich glaube, also, ich glaube, das, ich glaube, da wird es tatsächlich mehr Jobs geben. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube einfach, die Nachfrage wird größer werden, nicht zuletzt, weil viel mehr Menschen durch Automatisation gängige Jobs tatsächlich auch dann einfach nicht mehr machen, können, weil sie nicht mehr notwendig sind. Also, das heißt, es wird, Human Resource wird frei, so, also Arbeitszeit von Menschen und dann glaube ich schon, dass es eher auch so noch andere Gebiete gibt und naja, das, was Automatisation, Technik nicht machen kann, ist halt das Menschliche. Da sind wir dann bei Pflege oder Musikfestivals oder sowas, das, wo Menschen aufeinander sind. Musikfestivals finden mittlerweile in Fortnite statt. Ja man, Alter, riesengroß, Alter, Eminem, hast du das mitgekriegt? Ja, deshalb, ich meine, der Trend, ich weiß nicht. Disney hat Epic-Anteile gekauft, habt ihr das mitbekommen? Nee. Auch richtig viele, 1,5 Milliarden haben sie gezahlt. die wollen irgendein, irgendwas wollten die machen mit Fortnite. Egal. Und Elon Musk hat doch gedroht, Disney zu kaufen. Gedroht, ja. Ja, weil er doch Stress mit Kevin Feige hat. Disney hat ja die ganze Werbung aus X gezogen. Weil die haben gesagt, wir wollen keine Werbung mehr für unsere Produkte bei X schalten. Daraufhin hat Elon Musk, haben die sich ja so ein bisschen gebieft. Ach was. Und jetzt droht Elon Musk einfach Disney zu kaufen. Let's see how Earth reacts. Ich schmeiß dich zu mit meiner Kohle. Da gibt's doch dieses Meme aus diesem Film. Ja, im deutschen Film. Ich schmeiß dich, ich scheiß dich zu mit meiner Kohle. Schick dir so lange. Alter, irgendwann nimmst du es und dann hab ich dich. Ja, das war ach. Ja, genau. Da muss ich direkt dran denken, an dieses, vor ein paar Wochen oder Monaten war das. Let's see how Earth reacts, wenn die Kunden abspringen von der Plattform X. Es ist alles so weird. Ich hab gestern Abend im Bett, guck ich so Instagram Suck. Suckerberg. Der Account von Suckerberg. Ach so, okay. Er sitzt so da, oben links ist eingeleuchtet, eingeblendet, recorded with MetaQuest 3. Also ihm sitzt jemand gegenüber mit der MetaQuest 3 und filmt Mark Zuckerberg, der so da sitzt und über die Visual Pro von Apple redet. Und sagt so, ja, es ist ganz nett, aber MetaQuest 3 ist halt viel geiler. Kostet vor allen Dingen nur ein Siebtel, aber wir sind in fast allen und dann redet der einfach so und sagt, vergleiche sein Produkt mit Visual Pro von Apple und sagt halt einfach, wie geil seine Brille ist, wie scheiße die von Apple im Vergleich ist, wie teuer die ist und redet halt davon, dass es halt immer im Technologiebereich gibt's immer das Open System und das Closed System. Also früher Open war Windows, Closed war Mac. Dann im Mobile-Bereich hat Closed gewonnen im Gegensatz zu Open und er glaubt halt, dass bei Virtual Reality wieder Open gewinnt gegen Closed. Egal, ich kann es ja so wieder erklären. Und dann ist das halt auch alles gefilmt aus dieser Brille und so weiter und ich fand es nur so faszinierend, wie dann da so Mark, ich fand das so, das war so surreal. Mark Zuckerberg sitzt so da, lästert über die Apple-Brille, während ein Typ seine Brille anhat und du merkst richtig, also das ist schon eine neue Art von Werbung, einfach wirklich den Konkurrenten direkt anzusprechen irgendwie, also Das glaubst du glaub ich schon immer, also auch so die vergleichende Werbung und so. Ja, vergleichende Werbung, aber das ist wirklich der Macher, Mark Zuckerberg da sitzt und sagt, ey, ich find die Original Pro ganz cool, aber sind wir ehrlich. Aber das ist ja auch flattere, ich mein, er weiß ja auch, worauf das hinausläuft, jetzt kommt dieses Ding und alle wollen, haben wir auch neulich drüber geredet, das bringt das nochmal ganz anders in den Massenmarkt rein und es ist ja immer so, du redest drüber und dann hast du in den Kommentaren immer Leute, die sich dann davon angegriffen fühlen, weil sie sagen, ja, du hast keine Ahnung, weil das und das, Virtual Reality Headset, kann das alles auch, was das Apple-Ding macht? Ja, hast du recht. Glückwunsch, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ja immer wieder diese Apple-Produkte sind, die das massentauglich machen und das Interesse vieler Leute wecken, die sonst sich gar nicht damit auseinandersetzen und auf einmal Leute das Ding tragen, die vorher mit Virtual Reality nichts anfangen konnten und das ist ja das Ding. Es geht nicht darum, ob das jetzt wirklich irgendetwas neu erfindet oder so und sich dann da hinzusetzen, wenn das Interesse gerade da ist durch diese Vision Pro und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ey, pass auf, ja, geil, aber ihr könnt das gleiche jetzt schon haben und es ist sogar billiger. Ist ja smart. Ja? Jetzt, wo das Thema auf dem Tisch liegt. Habt ihr seine Entschuldigung gesehen im Congress von Zuckerberg? Habt ihr das mitbekommen? Ja, das ist schon länger her, ne? Das ist jetzt ein paar Wochen her, ja. Drei Wochen, zwei Wochen, ich weiß es nicht. Das ist ja eh krass, wie die sich da rechtfertigen müssen teilweise. Ja. Ach, das Video, oder was? Ich will nochmal kurz zeigen, weil das, wie das da halt, also das ist so, dieses, diese casual Art und Weise, wie er da sitzt und darüber redet. Das war so ein bisschen das, was ich irgendwie, mal gucken, ob ich das finde. Alter, was man hier alles, was muss ich, ja, Cookies erlauben, was soll schon schief gehen. Digga. Hier. Das war so klar. Muss erst angemeldet sein. Wieso? Ja. Man kann doch auch Videos direkt verlinken, ich verstehe das nicht. Ja, ja. Ja, egal. Schlimm. Ich krieg's wieder nicht hin. Ich bin... Aber ist das da oben, oder was? Das ist doch dann... Ja, ja, das ist es, wo er da so sitzt und dann... 66.000 Likes, 7708 Kommentare zu 13 Millionen Followern. Ja, schade, das ist jetzt nicht... Wieso geht es nicht? Du musst dich anmelden, es führt keinen Weg dran vorbei. Du brauchst eine Count. Und vielleicht, wenn du MetaQuest 3 hättest, brauchst du das vielleicht. Du brauchst es nicht mehr. Habe ich da auch noch nie ausprobiert, tatsächlich. Ich hab diese ganzen... Muss ich mich dann wirklich auch als Noob mal outen. Diese ganzen Anwendungsgebiete abseits vom Gaming noch gar nicht ausprobiert. Ich hab damals Half-Life Alyx halt durchgespielt, was fantastisch ist, großartiges Spieleerlebnis, Half-Life Alyx zu spielen. Und ich hab zu Hause PlayStation VR 2, womit ich dann mal Horizon und so gespielt hab. Aber darüber hinaus hab ich das noch nie genutzt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was es da alles Geiles gibt. Ich auch nicht. Weil ich aber auch einfach nur die von PlayStation halt zu Hause und ansonsten hab ich keine da. Ich hab beim Miniatur Wunderland war ich ja... Ja, man muss einfach nur einen neuen Tab öffnen, dann geht's. Ah, siehste. Hier, können wir das kurz... Haben wir Ton? Bin ich das Problem? Oder seid ihr das Problem? Okay, der Ton kommt nicht. Ja, aber er gibt sich schon humble so, ne? Also muss er, glaub ich, auch gerade. Wieso kriegt die Regie keinen Ton von mir? Hademi. Wahrscheinlich. Naja. Ach, ich krieg's nicht hin. Egal. Ich war im Miniatur Wunderland und die haben halt auch eine VR-Experience. Und ich hab die kurze Version gebucht, das sind nur zehn Minuten. War mit nem Sohn da und das war schon geil. Hat auch Spaß gemacht. Aber auch da wieder ist es so, ist halt jetzt auch ein Job geworden einfach. Das heißt, da hast du halt dann Leute, die arbeiten da ganz normal, die haben ihren Alltag, die sind auch mal genervt und immer so immer wieder die gleiche Erklärung zu machen. Und so, das ist die Brille, das ist die linke Hand, das ist die rechte Hand. Ihr erlebt gleich das und das. Vorsichtig. Ihr seht rote Dinger so in der Brille, das sind andere Menschen, die jetzt da nicht gegenhauen oder so. Es gibt so ganz stumpf einfach eine Einweisung. VR-Operator, VR-Einweiser. Es gibt gewisse Berufe, die finden nicht mehr statt und es kommen halt neue. Ja? Ich mein, Grafikdesigner gab's vor 60 Jahren auch nicht. Ja doch, aber nicht mehr in diesem digitalen Kontext, sondern die haben Zeitungen designt oder Verpackungen oder so halt, ne? Also die Nachfrage. Ja, ja, es war das Schlechtste, aber so, keine Ahnung, Programmierer gab's vor 100 Jahren nicht. Geh auf Nummer sicher. Gab's vor 1000 Jahren. Vor 1000 Jahren gab's noch keine E-Autos. Ja. Das ist korrekt. Ähm, ja, aber so ändern sich halt die Berufe und die Anfangs. Die Frage ist ja auch, um nochmal auf das Ursprungsthema zu kommen, wählt man am Anfang seines Berufswegs etwas aus, was einem Spaß macht, wo man eine Leidenschaft hat oder sagt man sich, ich wähl was, was Sinnvolles ist, wo es Need gibt, wo ich, weil, wir haben ja darüber schon mal geredet, aber zum Beispiel, was ist der Grund, warum jemand sagt, ich werd Urologe? Klar, man will vielleicht Menschen helfen, man wird sich denken, man kann damit wahrscheinlich, wenn du eine eigene Praxis hast und so weiter, auch ganz gut Geld verdienen, aber ist da eine Leidenschaft bei den Menschen vorhanden, die sagen, ich will mir gerne Pimmelkrebs angucken für den Rest meines Lebens? Also, ich bewundere ja die Menschen, die ihren Beruf eben nicht nach Lust und Leidenschaft auswählen, sondern die einfach, ja, aus der Notwendigkeit heraus machen. Aus der Notwendigkeit, ja. Ja, aber ist es denn Notwendigkeit oder ist das die sich aus der Notwendigkeit ergebende Position des Berufes, die sehr attraktiv ist, weil man da weiß, man hat eine gewisse Sicherheit, man kann viel Geld verdienen, weil eine Nachfrage offensichtlich da ist. Aber wie viel Pimmel würdest du dir angucken, um Existenzsicherheit zu haben? Jeden Tag? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass du irgendwann den Pimmel, eine Endromantisierung stattfindet und du siehst dann so einen fleischigen Schlauch, so einen Fleischschlauch, der hat halt gewisse Funktionen, wie so einen Feuerwehrschlauch auch und du verbindest damit halt nichts mehr, was in irgendeiner Form mit Reproduktion, aber nicht mit Erotik oder so zu tun hat. Das ist dann einfach... Quasi Ehe. Das ist wie ein Finger. Ja, Ehe quasi. Das ist wie ein Finger dann für dich. Das ist der elfte Finger, wird sich auch genannt unter Urologen. Und fertig. Ich glaube, dass du das irgendwann verlierst. Was musst du doch selber wissen aus deiner familiären von gestern. Konstellationen wie sowas. Frag doch mal. Ja, dieses Gespräch kam tatsächlich nie zustande, aber ich hätte auch einen anderen Beruf wählen können, aber es gibt ja einfach Berufe, die, glaube ich, weniger Spaß machen als Videospiele hauptberuflich spielen. Ey, auf jeden Fall. Ihr glaubt auch nicht, dass das in Ernst irgendwie repräsentativ ist, was wir hier machen? Nee. Das ist doch jetzt auch nichts, was sich jeder ausrufen kann. Das ist ja, da muss man ja auch eine Menge, ich meine, heutzutage versuchen es ja noch viel mehr Leute, damals war es noch viel schwieriger, das da irgendwie reinzukommen. Heute gibt es ja wenigstens die Infrastruktur und jeder kann es ausprobieren. Aber es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, ich werde Let's Player. Und dann sagt, ja, okay, das ist jetzt mein Beruf, ich habe das gelernt oder so. Das ist ja völlig absurd und abseits von allem, was man seriös anstreben kann. Nee, aber es muss ja nicht mal, okay, vergleichen wir es mal. Das ist natürlich ganz was Besonderes, aber nehmen wir mal an, einer macht, also jeder, der sein Hobby zum Beruf macht, unabhängig davon, wie viel Kohle der verdient, sagen wir genug, um sein Leben zu bestreiten. Jeder, der sein Hobby zum Beruf macht, muss eigentlich für immer dankbar sein, dass das geklappt hat. Auf jeden Fall. Muss eigentlich für immer dankbar sein, weil einfach es so viele Menschen gibt, die eben das nicht haben, den Luxus zu sagen, das, was mir eh schon Spaß macht, dafür werde ich auch noch bezahlt. Das ist ein fucking Privileg und natürlich hat sich das wahrscheinlich in den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnten verändert, inhin das mehr Menschen das so machen, als, weiß ich nicht, in den 50ern, wo unsere Eltern, wo es hieß, du machst was Gescheites und wir hatten da auch vielleicht nicht wirklich die Möglichkeiten, sich, die Frauen, da hieß es eh, du gehst an den Herd, der Mann macht was Gescheites, um die Familie. Nice, perspektivisch sogar richtig, ey. Also ja, für alle Podcast-Hörer, Eddie hat eine VR-Brille auf. Ist es die Apple Pro, oder ist es? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass das ein absolutes Privileg ist und es ist einfach immer noch sehr viele Menschen, wir haben ja vorhin kurz angekratzt, so zum Beispiel, wenn du in einem Unternehmen von den Eltern, ne, also weiß ich nicht, oft macht es vielleicht auch Sinn, weil das einfach super lukrativ ist und du nichts mehr aufbauen musst oder so, aber, ähm, ne, einer deiner, äh, besten Kumpels hat, arbeitet ja auch im, im Betrieb von seinen Eltern, darf ich sagen, worum es da geht, ohne den Namen zu nennen, Tiernahrung. Ja, okay, aber das ist ja mittlerweile schon sein, also der hat da angefangen mit 16 oder so und, äh, das ist alles, gehört ihm alles, das ist ja auch super, super smart, weil das wahrscheinlich super lukrativ ist, aber wahrscheinlich wirst du nicht groß und denkst dir, boah, irgendwann will ich mal mit Tiernahrung handeln, das ist ja so spezifisch, da wächst du ja rein, weil deine Familie das macht, ne, das ist aber ja nicht die, wenn ich mal groß werde, wenn du ein Kind fragst, was willst du mal werden, dann sagt das nicht, oh ja, so um Tiernahrung handeln oder Gynäkologe werden oder so, ne, das sind ja, die meisten, worauf ich hinaus will, ist, die meisten Menschen wählen wahrscheinlich Berufe, in die sie entweder auf irgendeiner Form hineinwachsen oder die als sinnvoll erachtet werden, um zu providen und zu überleben und eine Existenz zu sichern. Ach, und oder notwendig, einfach nur, um einfach Geld zu verdienen. Genau. Wenn die Chancen, egal ob durch das Umfeld oder Bildung oder Elternhaus, einfach de facto nicht gegeben sind, aber trotzdem de facto einfach fucking Geld Monat für Monat reinkommen muss, dann kann man noch so viele Hobbys haben, vielleicht kann man die sich sogar querfinanzieren, aber aus der Notwendigkeit heraus ist es halt einfach Job X, so halt, ne, also auch da, bin voll bei dir, also es ist ein Privileg, glaube ich, irgendwie auch so viel aktive Spiele zu machen und sich solche Gedanken dann auch zu machen in dem Umfeld, in dem wir auch sind, weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass natürlich so viele Leute wie möglich, so viele Chancen wie möglich aufhaben, aber wer weiß, wie das in 10, 20 Jahren aussieht. Wie gesagt, es gibt Bereiche, die sind notwendiger als Videospieljournalismus aktuell wahrscheinlich. Wenige. Aber Urologie zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Oder Lehrer. Überleg mal, wie bescheuert muss man sein, um Lehrer zu werden? Das habe ich oft überlegt. Ich habe mich oft überlegt, aber absolut insane. Also, ja, Lehrer ist für mich auch ein Beruf, wie herausforderer das auch ist. Also es ist ein Unterschied, ob du vor 60 Jahren an der Dorfschule 20 Kinder unterrichtest oder so. Das ist einfach eine andere Herausforderung. Und derzeit, also allein, also auf allen Ebenen, allein schon, was Kinder heutzutage auch für Zugang haben zu Technologie und zu allem. Also das ist ja, es sind so viele Aspekte, die das sehr herausfordernd machen. Und wann immer man sich mit Lehrerinnen oder Lehrern unterhält, was die teilweise erzählen, denkt man sich, oh Gott. Und das ist ein Job, wo ich denke, okay, da, das sind ja auch Leute, die müssen wirklich auf jeden Fall gut entlohnt werden. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der dann sagt, ja, aber die haben doch super viel Ferien und so, ja, haben sie sich auch verdient, wenn sie so machen. Also das ist schon echt ein harter Job. Und das ist halt auch ein Job, es ist ja nicht so, dass das einfach ist. Du musst ja auch studieren dafür. Also es ist ja nicht so, dass die Leute keine Alternative hätten, außer Lehrer zu werden und machen das aus völliger Alternativlosigkeit, sondern entscheidet man sich ja für und ja. Wobei es gibt auf jeden Fall ein Bundesland spezifisch, also nicht alle Bundesländer machen mit, aber es gibt immer mehr Programme, um Querenstieg zu ermöglichen, weil einfach fucking keine Lehrer mehr da sind und Lehrerinnen. Das ist wirklich so. Es gibt ganz viel Need an Lehrpersonal einfach so, gerade nach den letzten Jahren. Das habe ich schon mitgekriegt. Ich wurde jetzt angefragt tatsächlich für so eine Social Awareness Week an der deutschen Schule Seoul. Also in Korea, Alter, ey. Hat mich jemand angeschrieben auf Insta einfach. Wie spricht man das? Spricht man das so aus? Seoul. Ist das der... Ich dachte, Seoul. Ich glaube, Seoul, oder? Achso, ich dachte, du weißt es. Nee. Okay. Jetzt bin ich sehr verunsicher. Ich habe auch immer Seoul gesagt und du hast jetzt, ich höre zum ersten Mal Seoul. Ich glaube, Seoul. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das... Aber wenn man es schnell ausspricht, Seoul. 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 Als wenn so ein Spanier irgendwie nach vorne, Stäbelduell irgendwas fluchen will. Jetzt bin ich mega unsicher. Ich glaube, ich glaube, Seoul. Seoul. Also die englische Aussprache ist, glaube ich, Seoul, oder? Seoul. Ja, aber wir müssten ja eigentlich wissen, wie die... Ja eben. Du hast ja am ehesten vielleicht noch Ahnung, wenn du dann noch eine Einladung kriegst, wie sowas ausgesprochen wird. Aber okay. Aber erzähl mal weiter, Entschuldigung. Nee, fand ich cool, weil das sind halt auch dann deutsche Lehrer, die jetzt eine Zeit lang da drüben in Seoul unterrichten, an der deutschen Schule. Und die machen halt so eine Social Awareness Week, was Social Media und Gaming angeht, tatsächlich. Und von daher wurde ich dann einfach auf Instagram gefragt. Ich warte mal ganz kurz. Also das ist ja mega abgefahren. Also in Seoul. Gibt es eine deutsche Schule, ja. Und die fragen dich an, ob du Bock hast, vorbeizukommen? Nicht vorbeikommen, nee, nur bei einem Call. Das ist ja abgefahren, ja. Call einfach so. Und die machen halt einfach, weil das natürlich auch da scheinbar die Leute da betrifft irgendwie, machen die einfach, bieten die das den Schülern an. Hier. Das ist die koreanische Sprechweise. Seoul. Ja, guck da, bin ich falsch. Seoul. Seoul. Ist das lustig? Dark Soul. Ja. Dark Soul, ja. Das kann so ein geiles, so richtig in der, in der Untergrundwelt, in den düsteren Gassen, in den schlechten Gegenden von Seoul. Ja. Ist halt kein Seoul. Ist halt kein Seoul. Ist halt kein Seoul. Ist halt kein Seoul. Scheiße. Aber hast du es immer so ausgesprochen? Ich hab jetzt Seoul nicht so oft in meinem Sprachgebrauch drin. Gibt es Wörter, gibt es Wörter, die ihr kürzlich erst noch falsch ausgesprochen habt und nicht wusstet? Seoul. Ja, aber darüber hinaus noch. Ja, es gab immer mal so Sachen, ich hab zum Beispiel, was heißt, früher wusste, hab ich immer nicht gedacht, sagt man Jacked oder Jagged. Also wie bei Inject Alliance. Ich hab immer Jacked gesagt. Hat irgendwann mal gesagt, es heißt Jagged. Und dann war ich verunsichert. Jagged Alliance, Jacked Alliance. Sicher? Ich glaube, ich würde sagen, es heißt Jacked. Aber ich weiß es auch nicht. Ja, jetzt bin ich auch unsicher. Ja, siehst du, ihr wisst es auch nicht, ne? Scheiße. Aber oft gehen ja auch mehr, äh, geht's ja auch, also, weißt du? Ja. Beides. Ich gucke. Gezackt heißt das übrigens. Falls es euch interessiert. Achso, sie nicht. Kommt nix. Das ist ein bisschen spannend jetzt gerade. Das ist richtig spannend jetzt. Aber es kommt nicht. Jacked. Er spricht das hier nicht. Also, ey, ich bin mir sehr sicher, dass mit all den Wörtern, die ich in meinem Leben benutze, dass da sehr viele dabei sind, die ich A, falsch ausspreche und B, überhaupt in den falschen Kontexten. Falsch verbände auch. Ja, wirklich jetzt. Ernsthaft. Das ist einfach hundertprozentig. Das ist auch nicht neu für euch. Naja, aber du hast, du hast auf jeden Fall Lieblingsworte. Also, Rigide zum Beispiel. Lumpen magst du gerne. Ja, ist auch ein schönes Wort. Ja, ich weiß. Weißt du, bist ein bisschen, ja, lumpen. Und nochmal was? Rigide. Rigide. Das ist tatsächlich aus der Uni. Rigide Designatoren. Das habe ich mir sehr doll reingeprügelt, damit ich verstehe, was ist das. Aber wieso nimmst du rigide und das andere ignorierst du? Hättest du doch beide einflechten können. Designatoren? Ja. Nee, Designatoren machen ja keinen Sinn in dem Fall. Also, die Designatoren können rigide sein oder nicht rigide. Aber kannst du nicht einfach so sprachlich das in die Richtung lenken, dass du doch Designatoren verwenden kannst? Das ist ja auch ein gutes Wort. Das sind Designatoren, oder was? Ich muss immer an Thermaldetonatoren denken. Thermaldetonatoren. Ja. Deswegen bin ich auch durchgefallen bei der Arbeit. Statt, egal. Nee, ich habe viele... Rigide ist tatsächlich ein Wort, was durch das Studium so ganz fest eingebrannt ist, weil ich bin durch die erste Klausur durchgerasselt. Die war sackenschwer, also wirklich sackenschwer, und da war das unter anderem Thema. Und dann habe ich da sehr doll für gepaukt und da hat sich das einfach eingebrannt. Genauso wie Elektrolyse hat sich bei mir auch nochmal eingebrannt, weil ich da eine Nachbindung machen musste. Das heißt, es gab in meinem Leben so Phasen, wo ich wirklich mal aufnahmefähig war, wo ich wirklich gelernt habe, wo ich fokussiert war und die Wörter, das sind dann die einzigen zwei Wörter, die ich mir wirklich merken kann. Elektrolyse. Ja. Das ist auch ein schönes Wort. Ach, die Klasse. Physik. Ja, ne? Elektrolyse ist irgendwie... Aber nicht so schön wie Lumpen. Lumpen ist ein Lumpen. Also du magst Lumpen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so oft benutze, aber ich finde, das ist einfach ein schönes Wort. Lumpen, lumpig. Intrinsisch sagst du gerne. Ja, ja, das stimmt. Das sage ich manchmal, weil das ist für mich, das mag ich auch, das Wort, weil das so... Auch ein schönes Wort. Aus sich selbst heraus so... Also das ist oft einfach, das passt einfach oft, finde ich. Ich sage gerne Hurensohn. Ja, ist auch super. Ist auch schön. Aber es schwingt auch irgendwie so, am Anfang ein bisschen hart, aber nach hinten wird es schön weich. Ja. Ne, das mag ich auch. Ja. Ist ein schönes Wort. Riecht auch gut. Welches Schimpfwort gibt es in 20 Jahren? Fleischesser. Nein. Autofahrer. 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 Oh nein, da ist wieder so ein Autofahrer. Ein Schimpfwort. Mann. Ich bin jetzt natürlich auch wieder so in Virtual Reality Kram, also so Troll so ungefähr. Also was gibt es denn? Ich finde es halt krass, wenn ich habe neulich mal so gegoogelt, was sind so die Jugendwörter, also international, was sind so die... Also ursprünglich war, ich bin immer über so ein Wort gestolpert, wo ich nicht genau wusste, wie es gemeint ist und dann wollte ich wissen, was es ist und dann habe ich darüber hinaus rausgefunden, was sind so die... Was sagt man so? Was sind die gängigen Wörter? Und das sind alles irgendwelche Internetabkürzungen oder... Ne, ihr kennt das ja auch von Twitch oder so, wo... Und da gibt es... Es gibt dabei so viel Kram, wo du gar nicht mehr so richtig weißt, was damit gemeint ist. Cap. Wisst ihr, was es ist? Ne. Und es ein Großbuchstaben schreibt, meinst du das? Ne, einfach Cap. C-A-P. Wenn es irgendwo drunter steht, Cap. Ne. Aber das ist doch, wenn man es besonders betonen will, ist es das? Also besonders... Paul, weißt du es? Hervor... Frag mal Paul, Paul weiß. Ja, wir wissen das, ja. Ja, ihr wisst es beide. Cap. Guck mal, hast du gemerkt, wie er so leicht süffisant noch nachgeschnauft hat? Fabian Kran ist gerade da und kam auch rein und hat sofort gesagt, was es bedeutet. Ja, was denn? Äh, soll ich sagen? Ja, Äh, ja, Lügen. Lügen? Lügen. Ja. Lügen? Ja, Lügen. Aber mal... Nein, nein, warte. No Cap ist doch Lügen und Cap? Nein. No Cap ist keine Lüge oder was? Achso, dann ist No Cap keine Lüge, okay. Du schreibst was zum Beispiel, ähm, LeBron James is the gold und dann schreibt einer drunter No Cap, dann heißt das keine Lüge, das ist die Wahrheit, was du sagst. Verstehst du? Ja. Und wenn du drunter schreibst Cap, dann sagt einer, es stimmt nicht, was du sagst. Wow. Und wenn du Cap schreibst, kann man dann auch nochmal Cap schreiben und dann nochmal Cap? Also es kann ewig weitermachen, es gibt teilweise Äste, die laufen seit 100 Jahren. Ja, finde ich gut. Ich finde es aber auch ein bisschen unwürdig, wenn man das alles, das ist, die Jugend emanzipiert sich, findet ihre eigene Sprache und das macht sie ja nicht, weil die cooler ist die Sprache. Ich frage mich weiter. Ja? Riz. 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 Ah, das kenne ich. R-I-Z-E-D. Erstmal in die Regie, an die jungen Leute, an die hippen jungen Leute, wisst ihr es? Ja. 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 So, wer von euch weiß es? Ich weiß es nicht, Alter. Riz ist, wenn du halt einen bestimmten Spies hast. Was? Ja, wenn der Spies halt OP ist. Wenn dein Spies OP ist, ist es Riz? No cap. Ach Leute, ey, wir sind so weit. Riz? Ich weiß nicht, was Riz ist. Was ist Riz? Riz ist, wenn einer Swag hat. Wenn einer, weiß ich nicht, cool ist, oder? Der hat Riz. Ja. Sag die Bessere. Ne, besser, also, wenn jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wenn du jetzt sagst, wie früher, ja, der hat Game, so, der kann, wie früher. Ey, Regie, was heißt, der hat Riz, der hat Game, der hat Style. Ja, das ist sehr allgemein. Ja, der hat den Swag on. Ja, wisst ihr, was Rigide heißt? Regie? Ne, weiß ich nicht. Oh Gott, wie kann man so ein Loser sein? Ey, ihr seid keine Loser, weil ihr habt heute Almost Daily gehört oder geschaut oder beides und seid eventuell auch schon im Rocket Beans Supporters Club. Falls nicht, dann habt ihr jetzt die Chance, sehr rigide reinzuswaggen und ein bisschen Riz zu sein, no cap und dieses und viele weitere Formate auf Rocket Beans TV zu unterstützen. Wer das nicht macht, ist Basic. Based. Basic. Ja, Basic. Basic ist negativ. Basic. Google it. Ja, der ist nämlich nicht Premium. Tschüss. Ey, ciao.